Hallo meine Lieben und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadine, ich bin das Gesicht in der Ski-Bot-Garne und ich heiße euch herzlich willkommen. Alle alten Gesichter und natürlich auch alle neuen. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, gibt es ein paar kleine Änderungen. Ich habe mal wieder den Hintergrund geändert, sprich ich habe zum x-ten Mal mein Büro umgestellt. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Ist irgendjemand auch so veranlagt wie ich, dass er nie zufrieden sein kann, so wie die Möbel stehen? In meinem nächsten Leben werde ich Möbelrutscher, da bin ich mir sicher. Das ist die eine kleine Änderung. Bei der anderen bin ich gespannt, ob ihr sie bemerkt. Wenn ja, dann schreibt, sobald euch etwas auffällt, unten in die Kommentare, was ihr denkt, was sich geändert hat. Ja, und ich denke, wir starten jetzt einfach. Los! Ja, der neue Hintergrund, der alte Hintergrund. Man kann ein bisschen Projekte sehen, ein bisschen Wolle sehen und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Segment und zwar mit den Shop News. Die erste Neuigkeit ist gar keine Neuigkeit mehr. Die Newsletter-Abonnenten wissen schon Bescheid und ich sage es jetzt gleich mal am Anfang. Ihr könnt mich eigentlich überall als Skibot-Garne finden, sprich auf Revelry, Instagram, Facebook, hier auf YouTube und wenn ihr den Newsletter abonniert, dazu findet ihr den Link unten in der Infobox, dann verpasst ihr auf keinen Fall irgendetwas, was sich so Neues im Shop tut. Deswegen Newsletter abonnieren und ihr verpasst nichts. Das seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Ansonsten findet ihr die Shownotes zu dieser Episode auf meinem Blog. Dort verlinke ich dann alles, über was ich heute so sprechen werde, Anleitungen wolle etc. Und ich werde die Direktverlinkung zu den Shownotes hier als Kommentar unter diesem Video festpinnen, damit ihr dort sofort hinfindet. Ja, gut. Shop News Nummer 1, wie gesagt, ist eigentlich keine Neuigkeit mehr und zwar ist der MyClub Online seit Montag. Das heißt, der, das ist, ich habe es schon so oft erklärt, es ist der Botsox MyClub. Dort bekommt man einen 100 Gramm Strang mit einem 20 Gramm passenden Mini Strang auf der Botsox Base gefärbt. Also insgesamt 120 Gramm und die Färbung ist eine Überraschung. Das Produktbild jedoch verrät euch, in welche Richtung es so farbtechnisch geht. Und ich sehe die Stränge da liegen. Ich sage mal, es ist bunt und knallig. Also, wenn ihr noch nicht zugeschlagen habt, dann jetzt. Dann, ich muss spitzen. Gestern online gegangen sind Socksets. Also, wer sich nicht überraschen lassen will und vielleicht ein Sockset auf meiner Softsox Base haben möchte. Ich bemühe mich immer wieder, ab sofort bemühe ich mich, weil die Nachfrage so groß ist, Socksets einzustellen. Und online gegangen sind zwei verschiedene. Und zwar hier einmal ein Old Flame Never Dies zusammen mit dem 20 Gramm Mini Treasure ist die Färbung. Das ist das eine Set, das online gegangen ist. Und das andere ist Unicorn, uh, ist das hell, Unicorn zusammen mit Flamingo. Genau, ich muss es nach hinten halten, sonst seht ihr es nicht. Eine sehr zarte Färbung. Genau, also, die beiden Socksets gibt es momentan auf der Softsox Base. Vielleicht habt ihr ja Interesse an denen. Sommerliche Frühlingsfarben, frühlingshafte Sommerfarben, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Genau, dann am Sonntag ist Muttertag. Und jedes Jahr entwerfe ich eine spezielle Muttertagsfärbung. Und ich möchte euch diese natürlich auch nicht vorenthalten. Ich habe mir mal zwei Stränge von dem Stapel gepickt. Und zwar sieht die dieses Jahr so aus. Das, wie ihr es sehen könnt, oder auch nicht, weil es so hell ist. Muttertag 2022 heißt die Färbung. Sehr kreativ. Anzahl der Stränge ist limitiert. Färbung wird es nicht mehr geben. Aber ich finde, die ist wirklich, wirklich toll. Ich halte sie mal ein bisschen weiter nach hinten. Hier seht ihr die Farben, wie sie am wirklichsten sind. Am wirklichsten sind? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Heute fehlen mir ein bisschen die Worte. Genau, also die Farbe ist sehr schwierig gewesen zu fotografieren. Ich denke, hier sieht man sie am besten. Muttertag 2022 geht. Ich glaube, übermorgen online Newsletter abonnieren. Und ihr verpasst es auf keinen Fall. Das ist das, was diese Woche noch passieren wird. Außerdem, nächste Woche wird es regenbogenlastig, weil ich das nämlich schon lange nicht mehr gemacht habe. Jetzt habe ich es nicht da, weil ich nicht daran gedacht habe. Es gibt von mir die Anleitung Fading Rainbow Socks. Ich verlinke die auf jeden Fall bei mir in den Shownotes. Dazu verstrickt man ein Miniset. Das habe ich da. Und einen Regenbogenfade. Ich verlinke es auf jeden Fall auf den Shownotes. Das Miniset kann ich euch zeigen. Und zwar sind es Littles, nenne ich jetzt so. Also die 10 Gramm Stränge nenne ich ja Minis. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, 20 Gramm Stränge nenne ich Littles. Genau, auf der Soft Socks Base. Das ist die Färbung Passion, Fervor, Madagaskar, Lagoon und Waterfall. Und die zusammen ergeben eben einen wunderschönen Regenbogen. Und die passende Anleitung gibt es bei mir im Shop. Fading Rainbow Socks. Genau, da hat man so 100 Gramm in dem Set. Da gehen einige online nächste Woche. Ich muss da aber noch, ich bin noch nicht fertig. Ich wickele die ja per Hand. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Und außerdem geht der große Fade online, der ist immer sehr beliebt, sind die gleichen Färbungen, nur eben als 100 Gramm Strang. Fünf Mal. Die gehen auch online, aber die muss ich auch noch nachfärben. Das wird es nächste Woche geben. Also, diese Woche noch Muttertag, nächste Woche dann Regenbögen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Shop News. Und wir gehen ins nächste Segment und das sind meine Projekte in Arbeit. Ja, was soll ich sagen? Es sind immer noch die drei gleichen Projekte wie die anderen Male. Ich habe nichts Wertiges zu zeigen. Leider, leider, leider. Aber wir gucken mal, wie weit ich gekommen bin bei meinem ersten Projekt, und zwar dem She-Bot Edmunds Garf. Habe ich hier liegen. Ich habe auch schon mal rausgenommen. Ihr seht, da ist nicht mehr ganz so viel Wolle drin. Das waren die Minis aus dem She-Bot Garner Adventskalender 2021. Märchenfärbungen, die es jetzt alle auch auf den Softsocks regulär gibt. Es ist wieder etwas ausverkauft. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die muss ich nachfärben, aber ansonsten, glaube ich, sind... Also, eine, glaube ich, fehlt. Ansonsten sollten alle der 24 Färbungen momentan auf den Softsocks erhältlich sein. Dann, ja, da waren... Das waren 24 10-Gramm Minis, und die verstricke ich zum She-Bot Edmunds Garf. Eine Anleitung, die ihr bei mir finden könnt. Und ich bin bei Tag Nummer 18. Nächstes Mal müssen wir nicht zählen. Das letzte Mal war ich... Ich schaue mal, hier ist der Maschenmarkierer. Das ist die Färbung Tischlein deck dich. Hier haben wir Rotkäppchen. Das ist Brüderchen und Schwesterchen. Und ganz frisch angefangen habe ich mit der Färbung Hans und die Bohnenranke. Und er wächst und wächst und wächst und wächst. Ihr seht, das gute Teil wird immer länger. Das heißt, ich bin bei Tag 18. Da habe ich noch 19, 20... 6 Minis zu verstricken, nachdem ich den hier fertig habe. Und dann ist das gute Stück auch endlich fertig. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge mal was Fertiges wieder präsentieren kann. Also, der Skiboot Edmundsgaf. Projekt Nummer 1. Kamera wackelt, tut mir leid. Ich muss sanfter mit dem Tisch umgehen. Dann lasse ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist mein zweiter heute. Vielleicht rede ich deswegen ein bisschen schneller als sonst. Okay, mein zweites Projekt ist natürlich der Poncho. Meine Poncho Design Idee. Und da muss ich gestehen, es ist nicht wirklich viel vorangegangen. Ich muss vier Quadrate stricken. Ich bin beim vierten. Das letzte Mal... Ich habe mir keinen Maschenmarkierer reingehängt. Ich kann euch nicht sagen, wo ich das letzte Mal war. Aber ich war, wenn ich mich nicht irre... Moment. Ich war noch bei den Zunahmen. Ungefähr hier, würde ich sagen. Und jetzt bin ich bei den Abnahmen. Man sieht es. Hier wird es wieder kleiner. Jetzt sieht man es. Ja. Bin ich nicht wirklich vorangekommen. Weil ich etwas anderem gestrickt habe. Hauptsächlich. Also. Ja. Ich hoffe, das vierte Quadrat wird auch bald fertig. Denn dann kann ich die Einzelteile endlich zusammennähen. Und das gute Stück wird so langsam dann auch mal das, was es werden soll, ein Poncho. Aber. Ja. Gucken wir mal. Also ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Mal was Fertiges zeigen kann. Aber vielleicht ist es nicht der Schal. Und wahrscheinlich auch nicht der Poncho. Ich glaube... Ja. Hier hinten seht ihr ihn hängen. Mein momentanes Lieblingsprojekt. Der Pullover. Ich halte als erstes Mal die Anleitung in die Kamera. Und zwar ist das Forestland von Jen Steingass. Gestrickt wird das Ganze mit einem Decay-Gun. Und ich habe dafür ja eine neue Base getestet und gefärbt, die es ziemlich bald im Shop geben wird. Ich zeige euch mal die zwei Färbungen, die ich verwende. Und zwar... Jetzt sieht es aber sehr hell aus. Hier sind wir richtig. Das ist Cursed Forest und Golden Talisman. Das sind dann nicht die beiden Färbungen. Und die geben diesen wunderschönen Pullover. Und ihr seht den wunderschönen Schimmer dieser Wolle. Zusammensetzung ist Tencel, Seide und Merino. Und ja, ich bin so gut wie fertig mit dem Pullover. Es fehlen noch die Ärmel. Aber ich muss, bevor ich die Wolle in den Shop bringe, die Wolle erstmal färben. Da bin ich noch nicht wirklich dazugekommen. Aber ihr seht ja, es wandert ständig auch was anderes in den Shop. Gut, jetzt zeige ich den Pullover mal ein bisschen genauer. Moment. Vorsicht, nicht in die Kerze halten. Das wäre schade. So. Hier sind wir. Schaut euch dieses Muster an. Ich habe es das letzte Mal schon ewig in die Kamera gehalten. Ich bin hin und weg. Ja, zu dem Pullover. Es ist ein rundpassend Pullover. Ich stricke Größe Nummer 3. Da muss ich schwitzen. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Und halte mich komplett an die anderen Leitungen. Also ich habe jetzt den Körperteil so lang gestrickt, wie er sein sollte. Habe einfach alles nach Anleitung gemacht. Und wenn ich ihn anziehe, passt er genauso, wie er sein soll. Er ist nicht zu eng, nicht zu weit. Einfach ein perfekter Pullover. Ja, was kann ich sonst dazu sagen. Ärmel hängen momentan auf Haya-Haya-Seilen. Und die finde ich ja immer so süß. Die kleinen Panther, die Stopper. Ja, und jetzt eigentlich nur noch schnell die Ärmel dran stricken. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Moment. Hängt da wieder. Ich habe schon öfter gesagt, ich finde Ärmel stricken überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Ja, es ist eine lange Socke ohne Ferse, die man strickt. Das sollte zack, zack, zack gehen. Und ich freue mich drauf, da weitermachen zu können. Ich glaube auch, dass man bei den Ärmel... Ich spitze mal. Ob man irgendwelche Abnahmen machen muss. Aber ich glaube, man strickt die gerade runde. Macht man. Man strickt, glaube ich, gerade runde. Wenn ich das jetzt mal schnell so überfliege. Was mir natürlich noch besser gefällt, weil ich weniger zu denken habe. Also tolle, tolle Anleitung. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Und durch das, dass es kein zu dünnes Garn ist, mit dem man das Ganze strickt, sondern eben ein Decay-Garn geht es auch relativ schnell, muss ich sagen. Ja, das sind meine ganzen Projekte. Mehr habe ich nicht zu zeigen. Leider, leider. Deswegen müssen wir... Das Video wird ein bisschen kürzer. Ich kann nichts machen. Ich habe nicht mehr zu zeigen. Und ich habe genug Kaffee-Intus, dass ich so schnell rede. Deswegen huschen wir ins Let's Rub. Letzte Segment. Und zwar Geplauder. So, ich habe ja am Anfang gefragt, ob jemandem aufgefallen ist, was ich noch geändert habe. Außer, dass ich mal wieder die Möbel umgestellt habe. Ist euch was aufgefallen? Ich hoffe, dass die Audio-Qualität um einiges besser ist, denn ich habe in ein bisschen YouTube-Equipment investiert und nehme jetzt mit Mikrofon und Licht und Stativ auf. Ganz professionell. Ich hoffe, es funktioniert alles so. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen deutlicher hören, ein bisschen lauter hören. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Ist es euch aufgefallen? Habt ihr die Änderung festgestellt? Wenn nicht, wäre es natürlich super schade. Dann hätte ich das Ganze komplett umsonst ausgegeben. Hm, genau. Das ist das Erste, über das ich sprechen möchte. Und das Andere ist, ähm, ich halte es nochmal in die Kamera. Muttertag! Es ist mein zweiter Muttertag, den ich erlebe. Und ich bin gespannt, ob meine Tochter im Hintergrund, mein Ehemann natürlich, sich irgendwas für mich ausgedacht haben. Ob ich überrascht werde oder nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob da irgendetwas kommt. Ich weiß, dass meine Kleine, die ist ja bei der Tagesmutter, ähm, und ich weiß, dass die da was gebastelt haben. Ähm, aber die Kleine kann es noch nicht verraten. Sie kann es mir ja noch nicht erzählen. Das heißt, sie war da, ja. Aber ich weiß, dass sie was gebastelt haben. Das heißt, da bin ich schon sehr gespannt, was mich da erwartet. Ja, das heißt, ich, ja, ich freue mich einfach auf das Wochenende. Und ich denke, ihr freut euch auch drauf, egal ob ihr Mütter seid oder nicht. Ähm, ja, tut mir leid. Die Folge ist ziemlich, ziemlich kurz geworden. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal mehr zu zeigen habe und vor allem irgendetwas fertig habe. Ha, wenn ihr wollt, dann könnt ihr doch mal abstimmen, was ich als erstes fertig stricken soll. Soll es der Pullover sein, stimmt dafür ab, oder soll ich den Adventska fertig stricken oder den Poncho? Stimmt ab, ich will euch ja nicht beeinflussen. Ja, das heißt, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen herrlichen Muttertag, schönes Wetter, viel Strickzeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann! Bis dann!